Let us detonate the lights unterstützen und jetzt wünsche ich einfach ganz ganz viel spaß beim video wenn es euch gefällt gebt gerne einen daumen nach oben platz 5 geht an kelles kempel ja Gewechselt von den arizona karlien zu den jackson will jaguars die sind einfach in der defensive So talentiert und ich hoffe immer noch auf den durchbruch aus jackson will aber mit black bottles als quarterback wird das vielleicht auch schwieriger als geplant Ich würde es den jungs irgendwie echt gönnen weil die haben super talentiertes team Und hätten es echt verdient einfach mal in die playoff zu kommen und mal ein bisschen zeigen zu können Was in ihnen steckt 89er finesse move hier für ihn da ist nur einer in top 5 besser als er Ansonsten 89er balance 72 speed natürlich nicht so die welt und 4 und 4 3 defensive end eigentlich auch ein bisschen langsam 82 acceleration 80 agility und 87 strength 91 overall für ihn in madden 18 Platz 4 cameron jordan new orleans saints ja richtig gut all round pass rusher hier und Er ist halt ziemlich stark und Dementsprechend power move rating auch noch von 92 mit dabei Finesse move 71 ist egal weil Ja Einer von beiden werten ist nur entscheidend wenn beide scheiße sind ist schlecht solange nur einer von den beiden gut ist ist das eigentlich Völlig egal insofern er richtig richtig stark dass sie bei uns 79 speed damit schon mal sieben schneller als campel aber immer noch recht langsam trotzdem 86 acceleration 78 Aber die 91 strength sind eben richtig richtig gut und dementsprechend er Was power und stärke angeht kombiniert mit einer doch einigermaßen Vernünftigen geschwindigkeit ist es auf jeden fall hier richtig richtig gut von cameron jordan Kommen wir zu den top 3 branden graham von den philadelphia eagles ich bin so gespannt was die in diesem jahr reißen werden Flo sagte jedes jahr wird eine gute saison aber Ich warte noch mal auf den tag an dem es wirklich mal eine gute saison wird die eagles ja mit wie gesagt brandon graham hier 95er overall er ist mit 79 speed 82 agility Bisschen schneller als ein anderer spieler in dieser liste Ja cover kann nicht so richtig aber brauche auch eigentlich meiner meinung nach nicht so sehr Allerdings hat die beste hit power aus den top 5 mit einer 88 Ansonsten die gesammelt die spiel 86 acceleration 82 agility 86 strength Ergeben unterm strich ein 95er overall rating hier verdient wie ich es finde in meinen augen für ihn Er ist ein richtig guter defensive end und dementsprechend hat er die bewertung hier auch ohne wenn und aber verdient Platz zwei jj watt von den texans ja überragender footballer richtig richtig starker footballer so vielseitig Und sicherlich einer der besten athletik und sicherlich einer der besten athleten in der in der in der Ähm der einzige der noch insgesamt besser ist in der strength ist in damukong su und 93er block shedding ist auch das beste unter den defensive ends Witziger effekt hier 70 catching für jj watt ja das kommt davon wenn man manchmal Als tight end aufläuft Ja wie ist das ist egal er kann es halt 70 catching ja kann man auch mal machen Für den defensive end für drei vier defensive end eigentlich unnötig aber vielleicht fängt er doch mal so ein ding Ähm wer weiß es wir werden es vielleicht sehen im män 18 vielleicht sehen wir es nicht Äh bin auf jeden fall gespannt und ja platz eins Ist einfach jetzt platz eins weil er jetzt auf dieser position gelistet ist ja und zwar geht platz eins an aaron donald mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert Dass er nicht wieder als defensive tackle gelistet ist aber gut sie haben jetzt als defensive end gelistet deswegen Nicht weiter verwunderlich dass jj watt nicht die nummer eins ist denn egal Auf welcher position aaron donald gelistet wäre er wäre die nummer eins ohne wenn und aber denn er ist einfach Er ist Definitiv einer der besten spieler der liga ja er ist noch eine liga über jj watt das ist einfach so aaron donald Gehört Ich würde sagen vielleicht zu den besten fünf sechs Spielern der liga er ist einfach absolut Überragend wirklich ohne irgendeine ausnahme Ähm und ich bin ein großer großer fan von aaron donald Ja einfach ein richtig richtig guter spieler 90 über eines 83 speed der schnellste 90 acceleration der schnellste 82 agility ist richtig richtig gut 94 strength ein bisschen schlechter als wort aber gepaart mit der geschwindigkeit ist das wirklich das ist Pornös das ist richtig richtig stark Ein neunziger power move Ne sechst neunziger power move Ein neunziger block shedding Ähm Ja Da brauchen wir nicht drüber reden die geschwindigkeit die kraft die stärke Die moves die aaron donald hier mitbringt die sind einfach überragend Deswegen klar wenn er als defensive tackle gelistet wäre wäre er da die nummer eins gewesen er ist als defensive end gelistet Und dementsprechend hier ja die nummer eins in dieser liste geworden da brauchen wir auch nicht lange drüber diskutieren da wo er spielte die nummer eins fertig Richtig stark was haltet ihr von mir Lasst mir gerne unten in die kommentare ich bin gespannt Wer hat die 80 zu diesem top 5 Wer jetzt noch ein paar Spiele die aaron weiter gemacht hat Und zwar Cameron Wake mit einem 89er overall Und Melvin Ingler hat die ganze 5 gewissen Der 89er overall Der 89er overall Bereits in diesem jahr Er hat auch letztes jahr echt gut gespielt Die seahawks Und michael bennett 90 overall Und cliff averil 86 overall Auch gut dabei Und jason pierre paul und oliver vernon Beide bei den giants mit 88 overall gelistet Also da haben wir schon eine wirklich breite klasse an dem spiel Und da werden wir sicherlich eine gute auswahl haben Ich freue mich auf jeden fall drauf Vielleicht sehen wir ihn in ein oder anderen später in unserem owner mode wieder in badn 18 Ich würde mich zumindest freuen Gute Defensive End sind immer gut Da kann man nie genug von haben Und ich hoffe das Video hat dir wieder gefallen Wie gesagt eure Meinung nach unten in die kommentare Checkt facebook twitter instagram und snapchat aus Alles was ich drauf Alles was ich drauf Schreibung 20 snapchat 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25